also du hast dieses jahr zwei schlacht aufzeichnung erhalten weiter kreuzverteidiger 1 hat alle befehle ausgeführt kreuzverteidiger laser 1 hat alle befehle ausgeführt deine raumschutzbedämmel hat fünf neue schiffe gebaut ja ok simple hat sieben neue schiffe gebaut another region hat drei schiffe gebaut kiche ist leer oder zumindest nicht voll genug wir hätten gerne noch viel mehr fabriken da sind die falschen fabrik autobild 1 2 3 4 5 6 7 8 10 und zwar nach oben über die werkwerke ok tech level 7 bei antriebe wir haben alpha triebwerk 8 sehr schön in einer raumschlacht wurde weder deine flotte voyeur noch bristly namo lama zerstört ok also der transporter von denen ist von unserer sonde vorbei geflogen warum auch immer die so um sich rumtanzen fertig es war eine schlacht gegen triezoid stadt zehn deiner zeit streitkräfte zerstörten ohne eigene verluste alle feindlichen flotten aber stimmt werden transporter niemals nicht wow ok also die haben wieder unsere heimat wird angegriffen das ist keine gute idee war aber das heißt unsere schiffe sind jetzt eigentlich beschädigt oder zeigt wo das war es war nether region nether region zerstörer leicht wie konnte ich dich doch mal angucken war das da zerstörer leicht schaden 5 was sind fünf stück zu 50 prozent werden die ist automatisch repariert wird übergeben ne auftrag gibt es dafür nicht ich lasse die jetzt einfach mal hier im orbit und versuche nächste runde dazu denken und anscheinend greift der jetzt ein anderer planeten an und zwar den hier da haben wir fünf leichte zerstörer das könnte nicht so gut enden 32.000 aber das sind nur jäger damit dürften sie unser planeten an sich nicht beschädigen können dafür bräuchte er bomber gut warten wir mal ab was ist hier hier hatten wir auch hier hätten wir schon die guten kreuzer den app produziert doch bitte noch mal die guten kreuzer 1 2 3 4 5 nach ganz oben und schickt die bitte nach also schickt die bitte nach route da ich hoffe einfach mal ja das nächste und noch nicht da gut also denn da produziert jetzt fünf kreuzer und schickt die dann nach muss pay dann hat jeder von diesen fünf von diesem planeten hier fünf kreuzer war das kreuzer ja waren kreuzer gut also da oben schon mal gesichert da unten sind planeten da ist noch schrott und jetzt können wir das schrott fällt hoffentlich auch richtig ansteuern also du weltraum weg klickst bitte dahin es ist nicht sehr viel schrott aber es geht mir primär um die technologie darin versteckt sein könnte das hatten wir im tutorial oder war sogar hier schon weiß ich gar nicht mehr da wurden wir auch angegriffen der schrott ist auf unserem planeten runtergerieselt wir haben die ressourcen bekommen und jede menge forschungspunkte das war schon echt schick das hätte ich jetzt ganz gerne noch mal so aber wir haben noch 24 nachrichten transport zwei langstrecke wurde von dem geheimnisvollen händler absorbiert als gegenleistung hast du sechs bahnbrechende technische informationen erhalten der kaufmann rät ihr weiterhändler mit einem anderen angebot aufzusuchen 6 bahnbrechende technische informationen was heißt das tech level 12 biotechnologie tech level 13 biotechnologie globales terraforming plus 15 ok noch mal terraform quatsch noch mal biotech auf level 14 diesmal auch wir haben sechs mal ganzen stufen anstieg bekommen in zufälligen feldern ist ja auch nicht schlecht jetzt habe ich als konstruktion bekommen und jetzt noch mal energie sehr schick vorwärts und noch mal elektronik frettchen scanner vorwärts das war's also ja 5000 ressourcen mal eben sechs technikstufen also bei uns hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt weil wir halt noch nicht so hoch waren aber wenn wir jetzt kurz vorm cap gewesen wären was glaube ich 25 ist pro check tree wenn wir auf 20 oder so gewesen wären dann macht das schon richtig viel aus also ja die dinge lohnen sich auf jeden fall vorwärts jetzt werden alle planeten hier terraformt aber halt jetzt zu 15 prozent terraformen können und kichy ist inzwischen schon bei 95 prozent sehr schön wird hier langsam was so du hast schon raumstation ja hast du du brauchst noch ganz viele fabriken was hatten wir gerade erst geändert sehr gut das waren jetzt alle nachrichten nickel hat sich nicht verändert ich suche mal ein bisschen näher ran warum ist das technische handbuch immer noch hier so ich so ein bisschen näher ran 200 prozent also da sind fünf zerstörer auf dem weg von uns damit die hier da nicht einfach so landen können du fliegst weg du fliegst dahin mit einem mini kolonisierung schiff und wir hatten da aber schon die verteidigung schiffen geschickt sehr schön was bist du du bist noch ein transporter und du willst nach skurvi soll die dahin ich meine was stört uns das stört uns in dem sinne dass wahrscheinlich alles kolonisieren werden und wenn wir sie nicht frühzeitig aufhalten haben wir ein problem also brauchen wir noch mehr kleinere flotten allgemein sollten wir das ganze ein wenig besser organisieren all diese anfangen mit den zehn transportern und einem treibstoffdingen zwar schon ein guter anfang alles wird die immer so umbenennen dass sie den planeten gehören ja sie hier haben wir zum beispiel ein min leger zwischen wenig kiché braucht mehr min leger weniger 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 so und wenn wir die fertig haben vor allen dingen wieder mit dem anderen liga und dann sind es halt die min leger kiché denn habe jedoch die kreis der hat auch nur ein min leger richtig darf man jetzt auch noch vier stück die leben auch zusammen wenn wir hier min leger kreis und so weiter und so weiter und sind halt noch einmal verteidiger kreis und angreifer kreis und vielleicht noch ein angreifer zwei kreis dass wir dann auf jedem planet mehrere flotten stationiert haben die alle ihre aufgabe haben da soll vielleicht doch anfangen mit dem verschrotten jetzt wo die besseren antriebe haben gerade bei den angriff flotten aber ich wollte min leger bauen vier stück so verteidiger kreis und bleiben so wo rega hat hast du überhaupt weniger nie du hast gar keine hast du auch schon in fabriken das fast gar nix okay du wirst erstmal ignoriert bei diesem flotten spiel also nur die vier planeten vielleicht noch nether region die fünf die bauen sich jetzt erst mal ihre flotten auf also simpel hat verteidigung laser sieben stück du sammelst dich bitte mal mit denen da dann seid ihr 14 das ist eine doofe zahl aber da kommen ein paar hinterher ist okay also ja das sind jetzt unsere bomber die verschrotte ich jetzt alle aus dem einfachen grund dass die viel zu schwache antriebe haben und wenn wir jetzt zum beispiel die planeten hier unten die die einzigen guten ziele sind bombardieren wollen würden bräuchten wir 112 jahre und das ist mir ein wenig zu lang also hast jetzt ein auftrag also nicht nach spermen fliegen du bleibst bei simpel und bist verschrottet alle schiffe der flotte werden demontiert einige ärzte können wieder verwendet werden okay verteidiger laser 15 stück das die verteidigungsflotte ist es ist vollkommen egal wie gut oder schlecht wie hier sind dass wir müssen sie nicht verschrotten sei es halt verschrotten sind die aufklärer die angreifer die kolonierung schiffe und die transporter weil die besten antriebe brauchen so also du wirst jetzt zusammengelegt mit verteidiger laser okay und du wirst unbenannt in simpel verteidiger okay die werden zerschrottet die minleger das ist auch nur einer davon bauen wir ja auch noch fünf stück bei vier stück 1 2 3 4 und du kommst nach ganz oben so wolle wie wolle wie hat verteidiger zwei stück das ist nicht viel du brauchst gerade aber gar keine wir machen mal die fabriken und die bergwerke nach unten so und denn noch vier minleger oben drauf okay so das müsste es glaube ich erst mal gewiesen sein an die gar nicht hier oben nether region ja gehörst du nicht wirklich zu den großen jungs aber ist auf einem guten weg die ich lassen wir jetzt erst mal das hier zu ende bauen muspel war eh für lau dann aber auch schon okay aber auch noch schwer beschäftigt nikon also die viele und mit seiner augen behalten wie schaut das aus mit nur übrigen ressourcen du hast eine halbe millionen bevölkerung du könntest eigentlich langsam auch was zur forschung beitragen aber das näher zu viel zu wenig fabriken also diese forschungs beiträger wie hier querius simpel und rolle wie die haben halt die fabriken schon fast voll und dann rentiert sich das auch wenn ihr auch was einzahlen vorher aber nicht so wirklich so gucken wir noch mal ja genau erforscht 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 und erforscht das ist das dritte oder vierte mal das überprüfe aber sicher ist sicher also diese runde sind wir jetzt glaube ich fertig wenn ich mich nicht verguckt habe habe es gerade zwölf minuten nur diese eine einzige runde abgearbeitet ich will nicht wissen wie das später wird aber gut du um dich haben wir uns schon gekümmert die da unten auch alle unsere transporter mit den kolonisten ist immer noch auf dem weg nach klein wo 8800 kolonisten sind besser gesagt vor sechs jahren waren das könnte ein problem werden wie viel kundisten haben an bord doppelklick 66.000 jane so schnell können sich die vermehrt haben da 8000 das sind jetzt vielleicht wenn sie richtig gut drauf sind 20.000 da können wir gegen anstehen kann sehr schön f9 eine schlacht aufzeichnung bomber wurden demontiert 2000 kilotonnen ärzte stehen jetzt der raumstation in orbit verfügung wurde 34 und demontierte die geheimnisvolle kentler den kurs geändert wo bist du du fliegst jetzt plötzlich nach da unten das kann uns egal mit dem haben wir schon handelgetrieben da dürften wir es nicht noch mal handeln können also vorwärts fregatte 14 ist wieder zu hause angekommen dann vereinige ich doch mal mit simpel verteidiger ich glaube wenn man so mit vereinigen würden würden wir den namen von denen hier oben übernehmen das wollen wir gar nicht wir gehen jetzt auf simpel verteidiger und sammeln die mit fregatte verteidiger und kreuzer verteidiger und wir heißen immer noch simpel verteidiger haben alle drin sehr schön das ist eine ganz schön beeindruckende verteidigungsflotte also 18 verteidiger lese 1 kreuzer das sind die ganz guten 9 und 38 verteidiger lese 2 fregatten aber ich denke mir da wird die keine angreifen so nächste nachricht kreuzer laser 20 ausgeführt in kiche dann hast du nichts zu tun kreuzer 1 leicht kreuzer 1 leicht sammel dich mal mit kreuzer verteidiger laser ok und bin endlich mal um in kiche nicht alles und großbuchstaben kommen kiche verteidiger verteidiger so hätten wir da auch schon verteidigungsflotte nächste nachricht vier neue minen liga du sammeln minen liga minen liga